Das beweist, dass Das beweist, dass ich unschuldig bin. Das beweist, dass Deutsch eine schwierige Sprache sein kann. Das beweist, dass viel Übung und Geduld notwendig sind, um es zu lernen. Das beweist, dass es sich lohnt, Zeit in die Verbesserung des Deutschen zu investieren. Das beweist, dass wir das Auto richtig geparkt haben und keinen Strafzettel bekommen haben. Das beweist, dass regelmäßiges Sporttreiben sowohl körperlich als auch geistig von Vorteil ist. Letztlich läuft es darauf hinaus, dass Letztlich läuft es darauf hinaus, dass wir uns mehr anstrengen müssen, um unsere Ziele zu erreichen. Letztlich läuft es darauf hinaus, dass wir mehr Informationen benötigen, um unsere Entscheidungen zu treffen. Letztlich läuft es darauf hinaus, dass wir unsere Pläne überdenken müssen. Letztlich läuft es darauf hinaus, dass jeder Mensch Verantwortung für seine eigene Gesundheit und das Wohlbefinden tragen muss. Es ist offensichtlich, dass Es ist offensichtlich, dass wir mehr Informationen brauchen. Es ist offensichtlich, dass wir unsere Pläne überdenken müssen. Es ist offensichtlich, dass Bildung der Schlüssel zum Erfolg ist. Es ist offensichtlich, dass die Technologie unser Leben verändert hat. Es ist offensichtlich, dass wir uns auf unsere Stärken konzentrieren sollten. Es ist offensichtlich, dass die Zukunft uns viele Herausforderungen bringen wird. Es ist sicher, dass Es ist sicher, dass wir es schaffen. Es ist sicher, dass wir uns anstrengen. Es ist sicher, dass der Schlaf eine wichtige Rolle für unsere Gesundheit spielt. Es ist sicher, dass die Digitalisierung unser Leben in welerlei Hinsicht beeinflussen wird. Es ist sicher, dass eine gute Vorbereitung der Schlüssel zum Erfolg ist, egal ob es sich um ein Projekt, eine Prüfung oder eine Reise handelt. Man kann sagen, dass Man kann sagen, dass Musik uns berühren kann. Man kann sagen, dass Man kann sagen, dass Wasser notwendig für das Überleben ist. Man kann sagen, dass Pflanzen Licht brauchen, um zu wachsen. Man kann sagen, dass Humor ein wichtiger Bestandteil eines glücklichen Lebens ist. Man kann sagen, dass Reisen die beste Möglichkeit ist, andere Kulturen und Lebensstile kennenzulernen. Nach meinem Wissen Nach meinem Wissen Nach meinem Wissen ist Wasser lebensnotwendig. Nach meinem Wissen brauchen Pflanzen Licht zum Wachsen. Nach meinem Wissen gibt es mehr als 6500 Sprachen auf der Welt. Nach meinem Wissen besteht das Universum aus Millionen von Galaxien. Nach meinem Wissen spielt die Ernährung eine wichtige Rolle bei der Vorbeugung von Krankheiten. Nach meinem Wissen ist die Finanzplanung ein wichtiger Aspekt, um finanzielle Sicherheit und Unabhängigkeit zu erreichen. Nach meinem Wissen wird der Ausflug unvergesslich sein. Meinem Gefühl nach werden wir den Weltrekord brechen. Meinem Gefühl nach wird das Haus schnell vermietet werden. Meinem Gefühl nach werden wir das Projekt rechtzeitig abschließen. Meinem Gefühl nach ist es am schönsten, draußen in der Natur zu sein, um die Seele baumeln zu lassen. Meinem Gefühl nach ist es am wichtigsten, sich Zeit für sich selbst zu nehmen, um sich zu erholen und aufzuladen. Es ist klar, dass wir pünktlich sein müssen. Es ist klar, dass wir uns anstrengen müssen. Es ist klar, dass wir auf unsere Gesundheit achten müssen. Es ist klar, dass wir lernen müssen, um uns weiterzuentwickeln. Es ist klar, dass wir uns Zeit nehmen müssen, um uns zu entspannen. Es ist klar, dass wir hart arbeiten müssen, um unsere Ziele zu erreichen. Es gibt keinen Zweifel daran, dass... Es gibt keinen Zweifel daran, dass du dein Bestes gegeben hast. Es gibt keinen Zweifel daran, dass du immer versuchst, das Richtige zu tun. Es gibt keinen Zweifel daran, dass du ein wichtiger Teil unseres Teams bist. Es gibt keinen Zweifel daran, dass du immer positiv bleibst, auch in schwierigen Zeiten. Es gibt keinen Zweifel daran, dass wir das Handy aufladen müssen, bevor es ganz leer ist. Der Punkt ist, dass wir das Auto tanken müssen, bevor wir auf die lange Reise gehen. Der Punkt ist, dass wir uns für den Kurs anmelden müssen, bevor alle Plätze vergeben sind. Der Punkt ist, dass wir uns morgen früh um 7 Uhr treffen müssen, um rechtzeitig zum Flughafen zu kommen. Seinem Urteil nach wird das Auto lange halten. Seinem Urteil nach ist die Idee sehr innovativ. Seinem Urteil nach ist es das beste Restaurant in der Stadt. Seinem Urteil nach ist es das beste Angebot auf dem Markt. Seinem Urteil nach hat der Kandidat keine Chance auf den Sieg. Seinem Urteil nach ist der neue Roman des Autors ein Meisterwerk. Meinem Kenntnisstand nach ist die Technologie in Rasanten. Seinem Urteil nach ist die Technologie in Rasantem Tempo immer fortgeschrittener. Meinem Kenntnisstand nach gibt es keine Gründe, warum wir das Haus nicht verkaufen können. Meinem Kenntnisstand nach gibt es keine Vorschriften, die besagen, dass wir das Haus in dieser Farbe streichen müssen. Dem Vernehmen nach Dem Vernehmen nach wird der neue Film ein großer Erfolg. Dem Vernehmen nach hat sie sich in einen anderen verliebt. Dem Vernehmen nach plant die Regierung eine Steuererhöhung. Dem Vernehmen nach hat die Firma schwere Verluste gemacht. Dem Vernehmen nach soll es bald eine neue Produktlinie geben. Dem Vernehmen nach gibt es in der Nachbarschaft einige Beschwerden über Lärm. Dem Vernehmen nach ist die ganzeeb Blechertömer. Dem Vernehmen nach ist die Begründung. Dem Vernehmen nach ist die Rückkehr. Vielen Dank.